Man kann hier zu jeder Zeit des Tages in eine andere Welt eintauchen. Und auf welcher Insel man sich befindet, spielt dabei keine Rolle. Überall kann man hier die eindrucksvollsten Landschaften und die Natur mit allen Sinnen erleben. Viel Zeit habe ich in den letzten Jahren mit meinen Kameras auf jeder der sieben Inseln verbracht. Und jede Insel ist eine Welt für sich, mit ihrem ganz eigenen Charme und Charakter. Der Jahresverlauf bringt viele Festtage mit sich, bei denen Brauchtum, Tradition und Glaube von jung und alt gelebt und am Leben erhalten wird. Von den vielen Touristen aus aller Welt verbringen viele ihren Urlaub in den Hotelburgen an der Küste. Doch viele tauchen auch in die Kulturlandschaften ein. Von denen die nächste Naturschönheit oft nur einen Steinwurf entfernt ist. Die Gastfreundlichkeit der Menschen und die eindrucksvollen Landschaften haben mich tief beeindruckt, fasziniert und inspiriert. Die Kanarischen Inseln sind zweifelsohne ein Archipel der Sehnsucht. Inseln des ewigen Frühlings. Sieben Inseln, sieben Welten. Sieben Inselneration inneath сидet und nachdem. Diemen Und enami. Sieben Inseln.